Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Hochwasserkatastrophen dürfen nicht zu unserem Alltag werden. Deine Heimat, dein Zuhause, unsere Zukunft, sie steht hier auf dem Spiel. Und noch nie brauchten wir dich dringender als jetzt. Dafür brauchen wir nicht alle, aber zu viel Bürokratie verbaut uns die Zukunft. Wie sollst du produktiv und mit Freude arbeiten, wenn die Rente unsicher ist, die Miete unbezahlbar und du nicht mehr leben kannst? Ihr Angestellten, Lehrer, Pflegekräfte, ihr seht unsere Zukunft. Und alle sind im Notstand. Unsere Gesellschaft ist im Wandel. Jeder Mensch verdient Respekt und ein budevolles Leben. Wir denken globaler. Handel. Entschlossener denn je. Weißt du, was ich mir wünsche? Sag es mir. Eine Heimat, in der es sich lohnt zu leben. Unsere Heimat. Das will ich auch. Weil du mehr als nur eine Stimme für uns bist. Jetzt am 26. September deine Heimat wählen. Und? Weißt du schon, wen du wählst? Natürlich. Tschüss. traveled. Tschüss. To like. Tschüss. Br Sedex. asto.